Entgeltpunkte Ost oder West. Nicht immer ist der Arbeitsort entscheidend. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Bundessozialgericht hat am 6. Juli 2022 entschieden, dass dem Kläger keine höhere Regelaltersrente zusteht. Der Kläger wollte für seine Altersrente Entgeltpunkte Ost berücksichtigt haben. Er war in der Zeit von 1990 bis zum 31.10.1994 im Osten mit dem Aufstellen von Zigarettenautomaten beschäftigt. Er hatte dabei keine feste Arbeitsstätte. Er arbeitete für zwei Arbeitgeber aus Berlin-West und diese haben für seine Beschäftigung immer den Rechtskreis West angemeldet. Der Kläger wollte aber für diese Zeiten den Rechtskreis Ost haben, weil er dann eine höhere Rente bekommen würde. Das ist in der Tat wirklich oftmals so. Der Streit landete, wie immer, vor dem Bundessozialgericht. Das BSG hat die Ansprüche des Klägers aber abgewiesen. Für die Berechnung seiner Altersrente in der Zeit von 1990 bis zum 31.10.1994 ist der Rentenberechnung nach der Rechtskreis West durchzuführen. Die Anwendung des Rechtskreis Ost nach dem § 254d SGB VI liegt nach Ansicht der BSG-Richter nicht vor. Beschäftigungsort ist immer der Ort, an dem die Beschäftigung tatsächlich ausgeübt wird. Für den Bereich Ost muss daher ein Arbeitsort in Ostdeutschland vorliegen. Der Kläger hat zwar im Bereich Ost gearbeitet, aber eben nicht an einer festen Arbeitsstelle, sondern immer an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten im Osten seine Beschäftigung ausgeübt. Und in diesen Fällen, in dem es keine feste Arbeitsstelle gibt, bestimmt § 9 Absatz 5 Sozialgesetzbuch Nr. 4, dass der Beschäftigungsort immer der Sitz des Arbeitgebers ist. Und der Sitz des Arbeitgebers, des Klägers war in Berlin-West. Es kann also im Einzelfall so sein, dass ein Versicherter zwar ausschließlich im Bereich West oder Ost arbeitet, die Beschäftigung jedoch dem Rechtskreis West oder Ost zugeordnet wird, weil sein Arbeitgeber entweder im Osten oder im Westen die entsprechende Arbeitsstelle hat. Dies ist die Folge der Besonderheit einer Beschäftigung an verschiedenen Orten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.